das muss funktionieren geschützt ich glaube an dich und perfekt perfekt physikalisch fragwürdig aber geschützt sie steht ja ist in ordnung die werden wir ausprobieren wenn wir mal wieder eine runde raschen wollen aber das ist nicht jetzt jetzt geht es erstmal weiter mit mit was denn eigentlich kopfgeld einsätze ist hier noch was irgendwas das ist glaube ich hier nichts nichts fahndungs relevantes hier vielleicht ja hier können wir was für die fahndung machen wenn visible ein typ mit einem hammer nehmen wir natürlich überspringen da drüben also nord nordost haben wir eventuell da irgendwo ein schnellreisepunkt ist das eine schnellreisepunkt job es hat 321 theoretisch sollten wir unsere munition jetzt noch haben job haben wir auch noch sehr schön und wir müssen darüber kopfgeld ist gleich um die ecke dann wollen wir mal wo wir kriegen auch gleich noch unterstützung vorsichtig den kasten weg ballern wie immer übler kasten übler kasten der na ja schön brennen mann schön cool dankeschön wo muss ich lang da drüben ist das gebiet ne hier muss irgendwo das kopfgeld ziel sein nämlich auf ja ich nehme auf gott sei dank das passiert mir in letzter zeit so oft ist die aufmerksamkeit die schwindet ich brauche urlaub auf jeden fall hallo na jetzt schon geschützt sie oder es ist zu früh glaubt nicht ne ok da drin ist ein flammenwerfer männchen und hier gibt es auch noch zu essen davon brauchen wir auch noch so so viel das ist gut wie drinnen noch jemand aber da unten so geschützt genau als your turn vielleicht noch eine granate runter genau immer schön den medic weghauen geht doch aber da ist noch kein kopfgeld ziel mit dabei gewesen wann das alle bin ich richtig bakalu muss ich eliminieren der soll hier irgendwo sein in der garage nein kann ich mir nicht vorstellen dass die garage aufgeht ist nicht drinnen fällt aus wegen ist nicht die sniper nicht nachladen wo ist ja schon wieder der trigger point also manchmal ist der echt gut versteckt ist ja unter uns muss ich irgendwie hier eine unterirdische anlage betreten essen 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 also manchmal das muss an mir liegen das muss an mir liegen ich sollte mir wirklich für jede einzelne location die zugangspunkte wirklich vielleicht aufschreiben am besten aufschreiben und nochmal weil es so schön war kopfgeldklappe die zweite irgendwie ging es nicht weiter weder kam beim erreichten einsatzort neue gegner dazu noch hat sich die markierung weiter bewegt ich musste jetzt zurück ins safehaus und musste das kopfgeld nochmal neu starten das ist der neue place to be und hier werden wir hoffentlich erfolgreich sein flopp und flopp hey 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 aber schon langsam vorsichtig spezial money man naja der da oben vielleicht will der was von uns wissen oder sein kopf vorsichtig 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 ne no way aber den treffen wir den können wir treffen und flopp und noch ein hinterher na was machst du da was versuchst du da oben zu veranstalten er will nicht raus kommen manchmal kommen die einfach nicht raus gerade wenn man auf sie zielt als ob sie das wissen würden aber das ist doch verrückt verrückt ist das so kriegen wir den kram jetzt da bitte da oben den hätte ich schon ganz gerne uuuh brand munition null was zur helle warum warum war gerade eben das jetzt schon wieder ach so weil wir voll sind ne das ist gut das erklärt natürlich alles und hier geht es zumindest auch gleich weiter offensichtlich scheint der kopfgeldeinsatz wieder zu funktionieren geschützt sie kommen mit hier fuß hier fuß unsere chameleon können wir durchladen oh und jetzt ist es schon wieder der gleiche ort ne ja ich glaube schon es ist wieder der gleiche ort nicht dass es hier wieder jetzt zu einem stillstand kommt das wäre nicht cool da liegt sogar noch von uns erspielte munition hier war in der nähe ein gully also als verzweiflungstat würde ich da auch mal ganz kurz reinkaufen mein fehler mein fehler mein fehler mein fehler oh oh wir brauchen ein medikit vorsichtig sie kommen sie kommen da ist das mein medikit vorsichtig schön entspannt einmal heilen bitte oder kommen sie auch schon hey frohes neuer na wo ist denn hier bitte irgendwas mit deckung und so nein da drüben da drüben ach na gut dann geht noch ein stück nach vorne sie warten auf uns wer hat hier ein granatwerfer ist doch wohl nicht die möglichkeit kriegen wir geschützt wieder hoch nicht von hier von hier vielleicht ich äh komm schon komm schon ne hätte ja klappen können wobei von hier haben wir noch ein bisschen deckung das muss funktionieren geschützt ich glaube an dich und perfekt perfekt physikalisch fragwürdig aber geschützt sie steht einer weniger einer weniger und schon wieder einer weniger wer hätte das gedacht das essen können wir leider nicht nochmal einpacken ist schade aber verschmerzbar so jetzt nochmal ist ja richtig was los hier heute also beim letzten mal wäre jetzt schon vorbei gewesen oh gott oh gott ich bin so tot ich bin so tot nicht cool geschützt sie von allen seiten gibt mir deckung na sehr schön wieder rüber kriegen wir hin kriegen wir hin vorsichtig oh 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 nicht runter brennen nicht runter brennen flop und den letzten lmg mal noch bitter meine güte das war richtig knapp ein wenig zu knapp für meinen geschmack ist da ein medikit bitte bitte oh oh ja medikit 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 geschützi hinter dir hinter dir geschützi geht doch geht doch mit ein bisschen mehr fokus kriegen wir die ganz gut weggeschossen ok es kommen sicherlich noch mehr ja von hier vielleicht nein aber wo sollen wir hin das kann doch nicht schon das ende sein wie gesagt die garage kam mir so ein bisschen verdächtig vor und da war dann noch so ein eingang in den untergrund oder hier rein vielleicht das ist schon echt komisch normalerweise sind doch die richtungsangaben hier in diesem spiel relativ eindeutig aber heute irgendwie nicht das gehört alles noch zum bereich hier ist kein goodie eingang so kleine schwierigkeiten hier heute ganz komische geschichte dann vor einigen folgen genau der kopfgeldeinsatz mit den eingefrorenen gegnern oh da ist noch einer der muss noch getriggert werden gehört er dazu vielleicht vielleicht oh 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 ist ein dicker ne ja halb dick halb dick flop sehr schön du jetzt auch noch und du da hinten komm raus ach das war nur die Drohne geschützt hier braucht unsere Hilfe oh das sind einige vorsichtig geschützi steht nicht mehr oh 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 geschützt hier muss gut platziert werden hier mittig genau auf der achse des raums ah das sieht doch hier wenigstens nach einem kampf aus ho miese Drohne du na miese Drohne na schön brennen man schön brennen oh sorry das war einer von meinen mein Fehler mein Fehler ich machs wieder gut ich spendiere bei der nächsten Betriebsversammlung ein paar Mettbrötchen oh lecker Mettbrötchen muss ich auch mal bald wieder essen schon ewig nicht mehr gegessen hau ab Fiffi hier brennts gleich die nächste Markierung wartet schon auf uns wahrscheinlich da vorne bei der Statue das Gebiet kenne ich aber vorher müssen wir uns noch hier von einigen Black Task Einheiten entledigen Flop alles mit dem hey ich hab mit dem gesagt schön alles einstecken Geschütze einpacken und gleich aus dem Nichts hier mit der Taktballern na oder doch nicht mit der Taktballern Flop guten Morgen Geschütze in 11 na das kriegen wir aber besser hin aber sowas von und da hinten steht noch einer und da hinten steht noch einer Schade hätte ja klappen können waha Killer Gnu weg damit weg damit er soll sterben Boom erstmal schön die Panzerung wegrotzen ja das wird schon oh 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 nicht anbannern lassen vom Killer Gnu Flop ja ne gut gepanzert aber die Takt knackt alle Nüsse oh 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 Mund gnu genau da vorne hast ja Szene deine Bomben fallen mein aber schön vorsichtig hier da ist er ja schon mensch und ich brenne hier verdammt noch mal vorsichtig bist du das gewesen mit der brand moni nein warst du das mieses killer ja noch eins bitte noch eins ich brauche noch eins schande 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 irgendwas habe ich aber getroffen gerade eben irgendwas hat gerade gut gefunden da drüben sind noch einige leutchen ich glaube die kann ich ignorieren wir sollten uns das kopfgeld schnappen das muss er seine das war irgendwer mit einem mit einem hammer das wird ja schon sein können wir alles andere ignorieren ich glaube schon stopp vorsichtig und da liegt der arm frei noch nicht ganz noch nicht ganz der hält ganz schön was aus der kamera stopp vorsichtig irgendwer hat mich mit spitzharmonie angeschossen der wirst jetzt eigentlich umfallen theoretisch jetzt fällt darum hallo wer er kann denn bitte so weit mit spezial munition schießen das muss ja ein sniper sein ja na er hier kloppen guten morgen und du ein lmg mann das wird er sein ich renne mal weiter ja natürlich ein sniper lmg man und ich habe keine muni mehr aber wir haben ja immer noch die nervös warum eigentlich nicht ach naja gut gegen bisschen einfacher und schneller als erwartet was hat er denn dabei gehabt der gute kamerad irgendwas von der aldi fängt ja schon mal ganz gut an sortieren wir später aus wo ist unser nächstes ziel sicherlich nicht hier aber hier ist was fahndungsrelevantes haupteinsatz wiederholen liege aktivität ist verfügbar für schwierigkeitsgrad schwer das ist doch schon mal was wir sind gleich um die ecke was sagt der schwierigkeitsgrad der steht auf herausfordern das soll mir reichen gegen wen kämpfen wir gegen die rikas na gut dann bin wir uns da mal hin und da sind wir auch schon der spaß kann direkt losgehen nachdem wir diesen rucksack geöffnet haben das war sehr sehr wichtig so vorsichtig wollen wir mal hoffen ich brauche jetzt unterstützung und munition wenn man muss ich alles alleine machen aber das habe ich mir auch irgendwie ausgesucht wo sind die drohen die sind hier irgendwo wir sind nach hinten gegangen eigentlich könnte ich doch direkt rein nee ich glaube wir müssen die wirklich alle killen verdammt noch mal und wir haben keine munition ich darf hier nicht raus das ist missionsgebiet das ist illegal illegal nicht so cool ich treffe hier natürlich gar nichts auf die distanz das spezial monument mensch das geht aber gut los hier wir müssen daraus tut mir leid tut mir leid los gibt dem spezial monument war das alles ich glaube ja ich glaube wir können direkt in die bude rein da kommt einer vorsichtig damit haben wir nicht gerechnet wo ist er hin bleiben stehen man auf den boden nypd der will noch ein bisschen wieder war keine munition drin ich habe doch gerade hier munitionshaufen aufgehoben jetzt wird es lächerlich jetzt wird super lächerlich das ganze spiel ist heute also bei der heutigen aufnahme mega verpackt mega verpackt aber das könnte auch an mir liegen ich glaube es aber nicht das könnte an der vorbereitung liegen für das ende der saison da würde ich eher mein geld drauf verwenden wie wieso kriege ich keine munition ach so ja ich habe hier während des schnittes mal die schnatter ende ausgesucht aber nur mal so zum spaß ne weil sie halt so laut rum geschnattert hat dann musste ich sie gleich mal rausholen na gut dann erspielen wir uns die munition erst hier drin kriegen wir hin vorsichtig eins nach dem anderen geschützt ist auch schon wieder warm flopp flopp geschützt sie granate illegal ich werde um zingeln werde ich nicht gut oder sponges ihr miesen hier habe ich doch habe ich doch gleich gesagt was ich dich ich brauche die muni für meine schnatti die kleine schnatti durfte ich relativ schnell schießen weil naja weil viele leute hier im raum stehen viele leute in einem umkreis von 15 metern um mich herum stehen und flopp weg ist der helm weg ist der helm ups muss nachladen sie ist wieder zu langsam geworden jetzt aber jetzt kann sie richtig was herrlich die kleine schnatti die ist super vorsichtig nicht nachladen nicht nachladen ja ich glaube hier auf engem raum können wir ganz gut was mit der schnatter ende anfangen ich glaube diese mission haben wir auch erst einmal gespielt alles klar alles klar überfall herrlich es geht ganz gut du lebst auch ohne begleiter